Hier und doch, ihr Leute, willkommen zurück zu Let's Play the Guy Attack It Classic, immer noch mit dem Herrn Kinski. Und ich hab vergessen, was zu tun in der Pause. Egal, machen wir jetzt. Einfach nur Mark zu verarschen. Das ist ganz wichtig, nur Mark zu verarschen. Von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Scheiße, ich werd beschossen. Ach. Mark, das ist nicht sehr professionell. Hier sind haufenweise Ärztinnen in den Wänden. Mark. Hier ist ein Arsch voll Ärztinnen in den Wänden. Alles abbauen. Hier hinter dir. Guck mal her. Pass auf die Diamanten da auf, dass sie nicht in Lava untergehen. Was machst du denn hier eigentlich wieder, ey? Mark, da. Willst du es wirklich? Komm mal ran auf mich da. Mark. Ich tippe dich in diese Lava. Pass auf. Diamanten mitnehmen. Klar. Wenn du kein Lappen bist, weißt du, wie man das macht. Genau. Und dann, ganz wichtig, dieser ganze Gang ist voll mit Erzen. Wenn du Diamanten hast. Hau rein. Jetzt zieht's bloß keine Lava, die ins Gesicht läuft, Mark. Das könnte doof, ey. Du hast übrigens... Ja, genau. Komm ran auf den Meter. So, Mark. Hier. Erz, 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 Erz. Tonnenweise Erz. Da oben ist noch welches. Da ist Kohleerz. Da ist Erz. Da ist Erz. Da ist Erz. Da ist Kohleerz. Aber das ist sehr unwichtig. Wofür brauchst du eigentlich die Erzsahle? Dafür, dass wir sie haben. EMC. Bestimmte Maschinen bauen. Glaub mir, hier drin ist nix sinnlos. Fast. Ich glaube, ich muss selber mal wieder meinen gehen bei dieser Kompetenz, die du dir an den Tag legst. So, pass auf. Da ist noch Erz in der Wand. Da ist jetzt... Ja gut. Da ist Redstone. Dann ist da Kupfer, Eisen, Eisen, Kohle, Zinn, Silber, Nikolite, Emeralds, Nikolite, Kohle, Davids, Latuli, Eisen, Uran, Zinn, Kohle, Uran, Rubine. Kupfer in der Decke. Marc, da ist Eisen in der Decke. Wo hast du eigentlich sehen gelernt? Du weißt doch, man muss hier mit... Man muss hier mit noch einer Sache rechnen. Dass du eine volle Sauber bist. So, da weiter. Du hast tonnenweise Strom. Ich habe schon gewundert, warum der nicht alle wird. Ja, deswegen wird er nicht alle. Ah, ich kann mich dagegen jetzt nicht behehren. Ja, weiter. Ich mag hinter dir... Hinter dir ist viel Wert vor das Zeug. Das erst mal. Diese Inkompetenz. Dennis meint wenigstens alles, wenn ich es ihm sage. Ich hätte eine Spitzsacke mit dir runternehmen sollen. Wenn ich denn ins Lager grabe... Mal wieder voll. Wenn ich denn ins Lager grabe, ein Tunnel mit dem Zahnstocher, dann kriegt ein Tunnel mit dem Zahnstocher. Warum nimmst du mir denn gerade mein Zeug weg? Was soll denn das eigentlich? Natürlich nicht, dein Zeug weg. Ich nehme dir mal dein Zeug weg. Es ist ja Diebstahl. Marc, weiter arbeiten. Naja, die Diamanten werde ich für mich behalten. Du weißt, dass ich die sowieso kriegen werde. Das ist ja, als wie der Geist mir gerade mein Zeug klaut. Der Versick ist ja da. Gehen wir da lang, Marco. Dann weinen wir weiter. Und du weißt, Marc, es könnte immer schön arbeiten. Es könnte sein, dass ich gerade hinter dir stehe. Ja, ja. Naja. Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde bereit sein. Ich werde dir eh nicht verraten, wenn ich hinter dir stehe, weißt du? Du wirst es dann merken da dran, dass es... Irgendwas... Dass ich da bin. Immer gut arbeiten, sonst gibt es Ärger. Ich gehe in die Richtung. Ach, Marc, jetzt hast du mich geschlagen, oder was? Jetzt du mal einen Schlag. Hier mit. Und er hat es dir getan. Ach, doch. Wer hat es dir erst geschlagen? Du. Nein. Schlägt man seinen Chef? Immer. Mäh, falsche Antwort. Ja. Weiter arbeiten. Ich kann Sklaventreiber werden. Bin ja bald tot, ey. Ja, ich hätte ja gesagt, das ist ein schönes Schwert. Niemals gerade nach unten graben, sonst stirbst du schneller. Lein das mal. Och. So. So. Lapis Lazuli. Eisen. Uran. Zinn. Kohle. Uran. Rubine. Zombie. So. Lapis Lazuli. Kupfer. Noch mehr Lapis Lazuli. Ja, Marc. Auf einmal bricht sie viel mehr mit, wenn du beobachtet wirst. Uran. 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 Hier ist Uran in der Ecke. Komm her. Komm her. Uran. Nimm das auch noch mit, da drüben. Da rechts. Da oben links, die Rubine. Soll ich welche Richtung rechts, links? Erst mal die Rubine mitnehmen und dann würde ich mal sagen... Äh, links würde ich mal sagen. Die rechte sah nicht schlecht aus, aber links... Geh einfach links, weil hier endet es in Lava und ich traue dir nicht, dass du es überlebst. Also, ich habe gerade einen Enderman bei mir. Okay. Noch. Marc, das ist für den Doven Airmen killen. Oh, das hat sich geschafft, einen Enderman zu killen. Wenn ich die Spitze geteilt hätte, würde ich jetzt auch ein bisschen meinen. Auf jeden Fall abbauen, Marc. Erst abbauen, dann fucking platzieren. Also, du lässt den ganzen Scheiß stehen wie das letzte Mal. Du brauchst... Du darfst nur Licht haben zum Abbauen. Für mehr brauchst du kein Licht. Den Gang weiter verlegen kannst du im Nachhinein auch. So, jetzt kannst du wieder... Jetzt kannst du wieder alleine vor dich hinarbeiten. Ich gucke, wo ich Heim finde. Ohne eine Spitze, Kim nachher. Kannst du mir kurz eine Spitze geben? Oh, ein Stock. Heftig. Ich habe eine Enderperle. Bring mir einen Scheiß. Marc. Ich schlage dich durch, Marc. Nochmal. Und ich bin mir sicher, dass du darauf keinen Bock hast. Wie lange ging... Die letzte Folge ging doch um die 15 Minuten, ne? Ja. Gut. Warum? Fragst du? Weil du faul bist, habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Ich habe immer recht. Da sagst du nichts mehr, ne? Möchte jetzt kein Gegenargument sagen. So, sag doch mal ein Gegenargument. Verteidige dich. Ja, ich sag nur, ich habe die Kraft, zurück zu schlagen. Und wie willst du das machen? Hm? 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 Ich werde dann bei dir vorbeikommen. Und dann stehst du dann... ...machst doch nichts, ne? Ich kenn dich doch. Dann sag ich nur mal hi und dann guckst du... ...und dann guckst du auf den Boden. Das kennen wir doch. Dann lass dir wieder einen ab, wenn dir irgendwas mit Flüchtlingen passiert ist. Guter Deutsch gerade. Oh, ich habe keine Spitzhacke dabei. Das ist scheiße. Ich köpfe meine Basteln, fällt mir gerade ein. Warum bin ich eigentlich früher drauf gekommen? Ich wollte Forsten. Benchmarking. Geil. Okay, wer die Spitzhacke nehmen wird denn mal? Eine Steinspitzhacke können wir uns nicht leisten, ne? Ach, komm her. Emerald-Spitzhacke. Ich kann sie eh nach Kondens in dem Energy-Kondenser. Ich hätte so lange schon mitmeinen können. Egal. Ist ja dein Job, ne? Übrigens mal, ich bin hinter dir. Was? Hä? Was denn? Ich bin hinter dir. Ach ja. Freut dich das? Verarschen kann ich mich selber. Warum den verarschen? Komm doch her. Komm, hä? Komm, ich mach dich fertig. Ich bin da. Glaubst du, du schaffst es mich fertig zu machen? Ich habe den selber gemacht. Ich habe haufenweise Zeug drauf gemacht. Nur damit du hier nicht anfangen kannst, sich dich gegen mich zu stellen. Und damit du mich siehst, wenn ich dich beobachte. Ich finde nur so Plakate so, I'm always watching you. Na, die Wender-Distance ist mir vom Saubergrenzen, so wie es aussieht. Egal. Schon so kleine Befürchtung hier. Ja, Marc, ne? Dass du sehr vergewaltigt bist, ne? Oh, du schwule Skedett willst du sterben gehen, ne? Ja, Marc. Du bist halt eine arme Sau, ne? Du tust dir selbst die ganze Zeit leid, ne? Weil du so arm bist. Und immer schön weiterarbeiten. Jetzt habe ich gerade ein Skelett in den Laber geschubst. Cool, freut ihr ein Eis. Cool, freut ihr ein Eis. was der Kommentar gekriegt hat. Wir haben es zwar nicht eingezeigt, ist der ein öffentlicher Kommentar oder ist der gesperrt? Vielleicht ist er auf jeden Fall ein Kommentar vor kurzem gekommen. Pass auf, mach ich erstmal damit. Du klickst nicht mehr drauf, wenn da ein Glockensymbol ist. Weil ich kann damit mehr anfangen als du. Wenn er gesperrt ist, kann ich ihn freischalten. Du nicht. Du könntest auch, wenn du wüsstest, wie irgendwas überhaupt funktionieren würde. Aber da du das nicht kannst... Ja. Ne? Achso. Ein Reaktor. So. Reaktor chamber, nuclear reactor. Das kostet mich das Ding. Reaktor chambers, ein generator, und advanced circuits, advanced alloy. Gepresst da draus. Und Reaktor chamber, integrated heat dispenser, integrated reactor plate, integrated reactor plate. Ding ist mir voll aus. Kupfer und advanced alloy. Das sieht einfach aus. Dann nochmal. Integrated heat dispenser, cool inside, cool inside, integrated reactor plate, copper, copper, advanced circuit. Gut. Wir können einen riesen Atomreaktor in den Keller bauen, und wir haben Bock drauf haben. Das freut dich, ne? Ja, ich find's halt nur nicht in Ordnung. Den Rucksack, da kannst du mal das Zeug mit wegnehmen, so dass ich immer an der Mine bleiben muss. Ja, Mark, das ist das Ziel dieses Rucksacks. Ich hab einen Rucksack, die sammelt alle Items auf, die ich abbaue. Damit muss ich auch niemals aus der Mine kommen, weil der niemals voll wird. Hätte ich eigentlich könnte mal wieder rausholen und mal wieder meinen gehen. Hab ich denn den geparkt? Ah, da ist er. Ein Chemical Bag. Mal kurz öffnen, gucken, was drin ist. Ein Black Hole Band. Gut. Nehmen wir das mit und nehmen den Arsch voll Kohle mit, da du mein tolles Funkgerät hast. So, jetzt kann was an meinen gehen, jedenfalls ich. Oder produktiver sein als du, mag, mal gucken, wer mir das heimbringt. Ich setze auf mich. Auf wen setzt du? Auf gar keinen, ne? Ich hab... Oh. Du bist sehr öftig. Mal gucken, wer mir das heimbringt. Ich habe eine Steam-Benachrichtigung. Ah, egal, kann ich auf dem Handy auch abrufen. Menü... Menü... Men... Äh, Vergewaltigung! Brauchen wir mich auf den Geburtstag übrigens. Aber wie kann es überhaupt sein, dass du so viel online bist, Marc? Das geht's noch gar nicht. Warum sollte ich so viel online sein? Ach, ich bin doch immer offline. du bist mehr anderen als ich. Normalerweise bist du noch nie online, du bist durch... du bist durchgehend offline. Ich hab vergessen, Fakil mitzunehmen, wirklich. Wer merkt jetzt erst auf? Egal, kann ich bauen. Ansonsten würde ich dich gerade mal verarschen. Naja, die Folge ist drum. So, das war für diese Folge von Let's Play Du Geil Attacket Classic. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.